Okay, jetzt bauen wir es mal hier rein Never wreck, never wreck Wow, okay, hier sind Erze drin Erze, Erze, nein, ich will nicht Nein, ich will nicht in den Kern, nein Okay, okay Ja, langsam ist gut Ich fühle mich leicht verarscht Wir sind wieder hier, das Team von Boycrafting Und heute dabei ist der, wie heißt der nochmal? Der Tupster, der Tupster Ja, hallo Ja, Stevie ist auch am Aufnehmen Also ihr könnt mal auf seinen Channel gehen Da könnt ihr alles auch nur mal aus seiner Perspektive gucken Könnt ihr paar haben, die lege ich Ja, wir waren letzte Folge in der Mine Aber ich bin gerade gestorben Richtiger Scheiß Also ich bin raufgekommen nochmal Mein Minecraft war ja gecrashed Ja, ja, meine Rede 100 Likes, drückt den Like-Button hart So richtig hart, so richtig so stark Wie ich auf dem Stuhl Warte, Leon, warte, ich gucke eben wo mein letzter Defer Das liebt er Warte, wir müssen weiter runter Hier Wie lang Wie die einfach hier alle labern, ne Ja, ist immer so Ja Ja, genau, ich wollte was sagen Nämlich, ich war ja in der letzten Folge nicht dabei Da hatte ich Probleme mit meinem Computer Und jetzt begittert der alles wieder Ja, also Boah, Achtung Sozusagen ein Schwarzengel, liebe Grüße Weil sie hat sich ja nach René gesehnt Dankeschön Wenigstens einer, der mich mag Ja, warte, warte Ich mag dich auch Glaub ich dir nicht Komm, komm Aber warte Hier ist euch ein paar Sachen Pinguin, Katana Ich habe auch ein Katana Guck mal, guck mal Wenn du stirbst, sind die weg Ach Was ist weg, wenn du stirbst? Äh, wenn man das mit den, mit den beiden Hey, wie geht das eigentlich mit der Spur? Mit dieser LOL-Spur? Nein, das ist zufällig Das ist zufällig Ist so Habe ich auch eine Spur? Jeder, drück F5, dann siehst du da Äh, Nico, komm her Nein, nein, da drüben Nein, 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 ah, okay Nein, 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 wo geht das? Nein, da hinten sind noch Ist das echt blöd Ja, weißt du Ja, und Schilder alles Hast du Fackeln dabei? Nein, hab ich nicht Dann, äh, ja, weiß ich auch nicht Hier, ein paar Fackeln, Milch läuft schon Läuft Hast du, hast du Fackeln dabei zufällig? Ich? Geht ihr auch in die Mine, oder? Äh, wir sind in derselben Mine, nur Ihr seid auf Höhe 40 Da findet ihr nichts Wichtiges Doch Bin ich Schicken, schicken Ohr Ähm, ganz kurz Wir müssen gleich einmal probieren An der Oberfläche Wir müssen den Mantis Dungeon plündern Da sind Kisten drin Da sind sie mit Diamanten und alles, ja Genau Wir machen einen Halal-Aki Boah Ich hatte zwei Kisten Und, und Der halbe Dungeon besteht auch einfach aus Emerald Das ist viel wichtiger Ich würde sagen, wir gehen da gleich hin Was machst du hier? Ich kann nicht abwarten, wenn du das Ding umstellst Leute, Leute, lass jetzt, lass jetzt gehen Äh, Leon, bring mich Ah, ne, warte Nein, ich bring mich nicht um Ich bin da Fackeln, Mensch Mach, Nico, ich bring mich um, oder? Warte Nein, nein, ich geh zurück Ähm Ah doch, wir kommen gar nicht mehr hoch Aber, nein, du musst die Schwerte ausziehen, bitte Ja, ja, ja Okay, sind weg Das war die zündige Musik, ne? Ähm, Leute, kommt mal, kommt mal bitte alle an die Oberfläche Ja, ich muss jetzt hochlaufen Äh, darum Weil, wir gehen jetzt alle zum Mantis Dungeon Ihr müsst die ablenken Und ich geh mir die, ähm, Küsten snacken Ich will mir Nein, nein, jeder versuchen Das ist nicht in Ordnung, dass wir die Lockvögel spielen Ist das ein Skin oder ist das eine Rüstung? Hallo, ich würde sagen Jeder versucht sich die Sachen wegzusnacken Was soll eine Rüstung sein? Das war so an Der, der, der Also ich hab keine Rüstung an Der, 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 der Hallo Äh, äh, FNT Nico, ich weiß wo lang Nico, komm mit, hinter dir Geh lang Ja, aber Lass mich auf die anderen machen Der FNT-Typ hier ist doch René, oder? Ja, nee, ist klar Ja, nicht da lang Ja, ich warte auf die Wo sind die? Du komm mit, komm, Stevie, komm mit René ist anscheinend Oh, ich komm Okay, Leon Da ist er René Ja, warte kurz Ich mir besser gerade mal eure Mine aus Die richtig scheiße ist Äh, die Mine, die hatte Jo Einfach, der hat einfach gebuddelt Und dann ist er da auf die Mine gestoßen Die war schon Kommt Nein, es geht um den Gang dahin Der ist richtig kacke Man macht die nicht zwei hoch Man macht die drei hoch Das weiß jeder Fall nicht rum Komm Ich hole da rum Ey, das ist ein volles Rainbow hinter dir Ich hab, ich hab ein Coin gefunden Ja Alter Ich hab ein Schwert gefunden Das hat 10 10 Damage Leute, Leute, Leute Da, da Guckt mal mich an Da Ich brauch Essen Ich sterbe Geh dahin Yolo Da unten hin Wow Ich brauch Nein, 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 nein Nein Einfach ins Oh mein Gott Hatten wir ja mal, ne? Ja Das war so ein Bug Nein, das war ein Boss Das war ein Bug oder nicht? Das war ein Boss Wieso steht bei mir War Slame by Entity Mad Men? Ja, das ist, das ist, weil das kein Vanilla, äh, Viech ist Ja, das kann mal ab und zu bei Mods sein Das ist, glaub ich, wenn die Macher da sind Das ist so Kiste-Snacken, Kiste-Snacken, Kiste-Snacken Nein, nein Ich war grad da unter Nein Wieso jagen die mich? Ich hab nichts damit zu tun Leute, Leute, wir müssen nicht spawnen abbauen Braucht die spawnen ab Okay Wer von euch ist die Kuh mit dem Cookies Dahinter? Ich nicht Doch, es ist bestimmt René Hm Okay, spawnen abbauen Einfach nur spawnen abbauen Das ist das Wichtigste Dann können wir da Atten snacken Aber ich find, euer Skin ist echt cool Ah, ah Der hat uns nochmal gebraucht Nein Oh, ich Keine Ahnung Ich kann, ich krieg den nicht abgebaut, weil ich dann sofort gut bin War das nicht irgendwie sepig? Oh Nein, an Josh war das Joshua, genau Danke an Joshua, gestern Ich hatte nie Ich sag mal jetzt nichts dazu YOLO Äh Äh Ey, komm Ähm, oh, ja, sind das viele Ich komm da nicht hin Wieso, wieso sagst du nichts dazu, Nico? Ich, wir müssen das zubauen Ich, wir müssen das zubauen Ey, ich glaub, wir müssen das zubauen Lava reinschütten Und Ich hab ne Idee Fackeln, Fackeln setzen Ich, 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 nein Ich geh in den Creative Modus Ich spawn auch bei Fackeln, Nico Was? Ich spawn auch bei Licht Komm, wir töten diesen Mantis Ah, stimmt, das sind ja Ja, das sind viel zu viele Das sind jetzt locker zehn Stück hier Ne, ne Riesenwespe ist hinter mir Und ich weiß nicht, wo lang Nein, nein, ich komm da nicht hin Wieso töten diese Moskitos-Kühe? Ich umgehe sie Ey, wir brauchen Kühe Wir brauchen ganz viele Kühe Komm, Kühe Wie geil ist man gar keine Wenn wir die Kühe da reinschubsen Und dann greifen die Kühe an Ja, aber ich bin eine Ameise Du kannst mich gar nicht bekommen Oh, Mr. Mantis hier am Spawn Niemand kann mich töten Ich bin eine Ameise Ich bin aus Ja, komm Alter, geh doch einfach verrecken Geh einfach Leute, ich hab mich verhiert Leute, werdet alle zu Ameisen Da kriegen die euch nicht so rein Doch Nein, ich werde mich nicht mehr sterben Ich werde sterben Hilft mir Das ist ja voll schillig Boah, mich dieser Mantis ist doch einfach aufregend Ja, ich hab ihn getötet Bist du jetzt ein Mantis? Ja, komm Komm, ich bin getarnt Die töten mich trotzdem Weil die nicht die mögen Guck, guck Die ignorieren mich Siehst du es? Siehst du es? Weil du anders bist Oh, doch nicht Oh Leon, weil du anders bist Genau Oh, Junge Sind die Viecher Sind die Viecher OP, ey Gebrochen 10 Mann Ey, ich geh mal Kühe töten Einfach Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe Ich liegt recht Hier ist noch ein Mantis Ey, man kommt da gar nicht rein Leute Ihr müsst diese Orspawn Coins Töten Weil dann kriegt der Schwerter Die haben Ne, finde ich jetzt nicht in Ordnung Ah Leon, Leon Von Die Items bleiben jetzt, ne? Ja Sicher? Ja Ich hatte einen Bogen drin Ach, das kann sein Dass ich damals nicht verstanden habe Weil wir im Never waren Und im Never muss man das ja extra einstellen Ja, also die Items bleiben Wenn ihr die Ich hätte Ich hätte zwei Mantis Äh, klauen Die haben jeweils 10 Damage Nico Stirb du Du kleiner Wicht Ich hab so Feder Die Skylar Ja, ich hab Mantis gedötet Also ihr könnt eure Items einfach Ähm In diese Bastards Also eure Schwerter und so Zum Eingreifen Das ist viel besser Schon irgendwie interessant Wenn eine Arme ist Und eine Mantis sagt Du kleiner Wicht Ja, links und rechts klick Soll ich die Musik ausmachen Wenn wir spielen Du machst dann halt Zwei Diamantschwerter Und gleichzeitig schlägst Du machst halt das Wie damit spielt Zwei Diamantschwerter Hm Ironie Wenn eine Arme ist Am Antis sagt Du kleiner Wicht Wie steht die denn Wie zieht man die da rein? Oh, ein Spawn Hab ich abgebaut Im Inventar Im Inventar Ist es dieses Links Dieses Ding Das halt Wo BG Steht Da musst du draufklicken Da hast du das extra Alter Leute Ich hab über 30 Nuggets bekommen Und Diamanten Und so massig Weil ich einen Mantis getötet habe Nico, nicht abbauen Vielleicht sollten wir Mehr Mantis Nein Es gibt viel zu viele Mantis In der Welt Ja, ja und Ja, okay Es gibt mehrere Dinge Aber vielleicht nicht alle abbauen Ey, ey, ey Noch ein Spawner Muss ich abbauen Nico, Nico Hier, komm mal her Komm her Nein, nein Ich muss nur noch Ich muss wirklich nur noch Einen Spawner abbauen Oh, Geister-Spawner Hau die Spawner doch einfach zu Na, ich glaub dann spawnen sie trotzdem Hä, ich hatte den Spawner abgebaut Jetzt ist der wieder da Vielleicht ist der unzerstörbar Nein, ich hatte den in der Mitte Ja, abgebaut Der ist ja auch wirklich weg Vielleicht war das Teufel da Oh, die Wow, was ist denn das für eine Riesenbiene? Ich will jetzt Diese kack Spawner abgebaut haben Harakiri Harakiri Oh, tot Ah Ich will ein Vogel sein Vogel kommt her Ich bin ein Vogel Ne, du hast einen Na Wir müssen warten Bis die weg sind Wir müssen warten Bis die weg sind Ich geh mal hier so lange Ähm Ich geh wieder in die Mine Ja Ja, ich geh solange mal hier ein paar Sachen erkunden Ich tüte Kühe Ja, gut Dann haben wir ein bisschen was zu essen Ich hatte da nämlich ein paar Berge Ich hab auch schon ein paar Kühe getötet Ein paar Berge entdeckt letztens Habt ihr den noch markiert? Ich hab den markiert Er hat überfordert euch Timer gestellt Hä? Ne Ne, ich weiß auch nicht Wie lange Kurz vor 30 haben wir angefangen Warte, warte Kurz vor 30 Also wir nehmen jetzt gerade 12 Minuten fast auf Boah, bin ich gut Ey Ich bin der Arme Ey, ey, ey Das Mutern Zombie den tötet ich Ey, ey Wie kann ich wieder ein Mensch werden? Ähm, drück mal rechts neben dem Fragezeichen Einfach nur, wo die Tasse, wo Fragezeichen ist Einfach die mal drücken Dann öffnet sich dieses So ein Menü Dann kannst du durchscrollen Und dann So Ey, ey, ey Ich hab Schaffe Keine Wolle Oh, ich bin so ein Pinguine Äh, so, so Ninja Pinguine Ich hab dieses Lieder in Ohr gefunden Okay Ich bin jetzt ein Pinguine Dieses Ultra Ohr, wo man dieses Ultra Schwert draus machen kann Ey, ich hab ein Lucky Block Ich hab ein Lucky Block, cool Wo bist denn du? Ja Wo Bau ihn ab? Äh, Shane Rüstung Cool Komplett? Ähm Mutern Zombie Ne, äh, Barschpanzer, kein Oh, oh, ne Eine, 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 eine Äh, was ist wenn man den Ender Drachen, diesen Ender Drachen tötet? Das ist kein Ender Drache Einfach nur ein Drache Ey, ähm Meine Messer Ey, ganz kurz mal Kommt mal bitte zu mir Warte, ich hab eine Fledermaus getroffen Was soll damit sein? Fledermaus, da Ich, ich, ich geh jetzt, ich geh jetzt in so einen Neverplaneten Ich bin willkommen Wo ist er denn, Nico? Ey, wo kann ich denn nicht fliegen? Ach doch Äh, ich bin... Wow Ja, jetzt hat sie Nico, du bist doch der Rote, oder? Ne Nein Wow Wow, wow, wow Die Gravitation Okay, jetzt bauen wir es mal hier rein Neverwreck, Neverwreck Wow Okay, hier sind Erze drin Erze, Erze Nein, ich will nicht Nein, ich will nicht in den Kern Nein Okay Okay Ja, ja Langsam ist gut Ich fühl mich leicht verarscht So Ey, René, kann das sein, dass du in der Mine bist? Ja, nee, ist klar Hä, komm ich denn nicht hin? Abbauen, 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 abbauen Zack René Guck mal, da verfolgt mich ein Skelett Na, guck mal Guck Nein, Knolle verfolgt dich nicht Fick dich ins Knie Wie viel Diese Ninja-Pinguine nerven, ne? Aber die fallen, weil die trocken verdammt geile Schwerter Ja Ey, warum dauert das so lange mit dem Abbauen hier? Diamanten Diamanten Ich liebe Diamanten 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 So, jetzt ist die Gra Ja, wo bin ich? Wie komm ich hoch? Wie komm ich hoch? Wie komm ich hoch? Deinem Arschloch Sind Diamanten die besten? Also die besten? Nö Aber ich liebe Diamanten, weil Diamanten sind Diamanten Funkeln und es gibt noch Hell und Schein Und äh, Leon als Frau mag die sehr gerne Nein Die mag ich nicht Witzig Bin ich eigentlich gerade eine Ratte? Ich bin Geist Du bist immer eine Ratte Oder du bist ein Hund Nein, Ratte ist die Ratte René ist schwul Nico ist schwul, die dumme Sau Er macht nicht Löffel, er macht nur Wau So Ich muss ein paar Sachen wegschmeißen Weil, äh Jo, wahrscheinlich Wahrscheinlich René, soll ich es wieder sagen? Ja, genau das wollte ich Du kannst es nicht Gut so Ja, das ist ein kleines Löffel am Rande Also ein Kumpel von uns sagt immer, ähm So Also letztens hatten wir Abschlussarbeiten in Mathe Und dann kam unser Schulleiter so rein Und dann meinte er so Ja, ich hab ja gehört Mathe soll die einfachste sein So Total Ironie Mathe Ja Fällt den meisten ja nicht so leicht War relativ leicht aber Ah ja, ähm Auf jeden Fall Er sagt das dann so Alle so am Lachen Hä, wo seid ihr? Und dann so ein Kumpel von uns Jo, wahrscheinlich So richtig geil hat das gemacht Also war richtig witzig Und René hat das dann heute auch mal so gesagt Anna, ich weiß jetzt nicht warum Mehr Und dann Alles war leise Und ich sag so René, du kannst es nicht Und alle waren dann so vorne am Lachen Und das war gar nicht meine Absicht Was ist nochmal zwei Diamanten, äh Spitzhacke? Mensch, diese Cotton Ripper, ey Nein, das bringt nichts Die ist der, äh Die geht nicht Aber du kannst den einem Schwert nehmen Und den einem die Axt Dann bist du immer bereit Für beides Das ist praktisch Oder wenn man einen schaufeln Und eine Spitzhacke Ja, genau Die hat der so buddeln Ja, dann brauchst du nicht wechseln Ist doch gut Also ich hatte das meine Kann man aber nicht An keinen Kanten nicht schaufeln Und Spitzhacke Kann man nicht Eigentlich nicht Eigentlich schon Du kannst ja auf beiden Seiten Auch zwei Spitzhacke eigentlich haben Oh, da ist ein Pinguin Vollkacke, dass du als Vogel Nicht fliegen kannst Äh, ja Ich muss den Morphmod updaten Dann müsste es wieder gehen Dann macht das Alter Ganz ehrlich Äh, äh Alter Was macht hier Pinguine drin? Junge, ich bin die ganze Zeit nur am Bluten Ich bin da 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 Nein, in der Mine sind Pinguine Oh Junge, hier sind keine besseren Oars Hier sind Das Beste ist hier Äh Ist hier eigentlich nur Eisen Keine Diamanten oder so Hi Hallo Kuiper Oh, Kuiper, hi Okay, mal gucken, was ich wegschmeißen Das ist ganz Sticks braucht doch kein Mensch Ich Cool, du bist ja auch kein Mensch Du bist ein Äh, Fäkalbiologe Aber das Silane Ohr kann ich nicht abbauen, schade Ah, Fäkalbiologe, find ich echt cool Wir haben für unsere Abschlusszeitung haben wir halt so, ähm Titel Hallo Was war das? Wir haben alles möglich, wir haben Titel besprochen, wir haben auch was der Typ, also müsst andere schätzen, was für einen Beruf der einnehmen könnte später mal Und bei mir wurde da halt gesagt, wegen meinen Scheißgeschichten immer, Fäkalbiologe Kannst du mal aufhören, mich zu schlagen? Nein Ich finde das nicht Also streng genommen war ich das ja mit dem Fäkalbiologen Ja Nein, du bist das nicht Ey, mit was denn in dieser Entfernung? Ich sollte mal vielleicht mit der Spitzhack aufhören und abzubauen Äh Ich will kein Zombies sein Ich will das halt nicht höher Was tut er nicht? Ey, was tut er nicht? Mich treibt auch irgendwas an Ich hab gerade einen Pinguin gehört Sag mal, bleib mal stehen, bleib mal stehen So wie so Leon Was? Ich bin in der Miene, du Lachs Du Lauch, das heißt du Lauch Ne, du Lauch, sagt man bei uns nicht mehr Bei uns heißt es du Lachs Ne Du Fisch Lachs Nein, Fisch ist Robert vorbehalten Stimmt Er ist mein Robert Wo wohnt ihr eigentlich? Na Mama Ich will jetzt nicht genau alles sagen Niedersachsen Glaub ich dir nicht Dazu sag ich jetzt mal nichts Ja, wir auch nicht Niedersachsen Gute Nachbarn, du Ja, Nicole und Leon sind gute Nachbarn Wenn ihr wüsstet, wie die aussehen Also die sind echt richtig gute Nachbarn Ah, wir hatten den gleichen Gärtner Ich glaub da war der Postboot im Spiel Ne, ne, der Gärtner, René Der Gärtner Das ist immer der Gärtner Der Poolreiniger, ne? Der Robert ist es immer Immer der Gärtner Na, Poolreiniger Unser Poolreiniger Der ist nicht weiß Nein, der ist unser Tiefeniger Der ist Spanier, ne? Ne, der ist Der ist Poolrein Nein, das ist unser Poolreiniger Reiniger Reiniger Oh, und wir haben auch einen Hochdruckreiniger Und einen Techniker Ach ja, und den Butaniker Nicht zu vergessen Jetzt nicht denken, dass wir rassistisch sind Oder so Das sind so Bilder Das sind so Bilder Googelt das mal Das ist schon relativ lustig Wenn ihr schwarz seid Nicht angegriffen fühlen, bitte Oder wie man sagt Wie man politisch korrekt sagt Maximal pigmentiert Ja, sagt man das so Das sagt aber kein Schwein Das sagen nicht mal War zu selbst Genau Ja, sie nennen sich ja auch Jo, mein Nigger Was geht, mein Nigger Also bei mir geht's hier Du bist nicht schwarz Du würdest ja gerne schwarz sein Aber du bist nicht schwarz Aber wenn Wenn Weißer zum schwarzen Jo, was läuft, mein Nigger Sagt, dann Ja, dann sieht's nicht gut aus Dann, dann Dann ist Ente Dann wird er weggehend, Nigger Dann ist Ente Wollen Sie sind jetzt so genial Ey, wisst ihr doch Bei diesem Eminem-Film 20 schwarz Zum einen weißen Du Nigger Ja, bei dem Ja, bei dem Rap-Kontest Ja Alle sagen's zu dem Weißen, Digga Voll unlogisch Die haben alle keine Bildung Die wissen wohl nicht, was Nigger heißt Ich hab jetzt Ein bisschen Oh, hier die Diamanten Baum Baumharz Spinne Spinne Fick dich Fick dich, René Fick dich Spinne Man sieht doch meinen Bremsstreifen Bremsharz Oh, Jungs Ist gut Ein Schaf, wir müssen ein Schaf töten Jungenharz Afrikanische Baumwollnuten René, jetzt reicht es Ich bin Ninja Mann, ich will aus der Mille Du bist kein Ninja, du bist ich Tötet dich René, du hast so ein ekliges Muster gerade hinter dir, ne Ja, ne Das riecht es zu Rainbow-mäßig, man Ne, das Achso War das denn gerade wieder Spinner Das weiß ich mal anders Ich hab so ein Danke fürs Töten Blaues Ne, warte Nein, das ist Stevie, der deinen Skin hat Rainbow Blut Ja, ähm, ganz kurz vor an der Stelle Ich denke, wir sind auch heute Wir sind jetzt bei 22 Minuten fast Ähm Nein Doch Guck dir mal meinen Kopf an Bieso Sehr schön Oh, Niko, schwulig Fail Ja Gut, ja, ich würde sagen, das war's jetzt von der Folge Guckt bei Stevie nochmal vorbei Und wie gesagt, drückt den Like-Button so hart Wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert Also das war echt eine Ehre, um euch aufzunehmen Dann favorisiert Ich danke euch nochmal favorisiert Am ganzen Herzen Wenn ihr noch nicht kacken wart, dann geht jetzt kacken Ja, Leon, hör mal auf, dazwischen zu reden Nein Also, ja, also ich bedanke mich bei euch, dass ich mit euch aufnehmen durfte Kein Ding, Bro Und, jo Ich fand's cool Und, ey, das ist das Kind, du bist toll Ich schenk dir gleich mal Oder, hau rein, ne Jo, haut rein, bis zum nächsten Mal Und, tschüss Abdrücken Tschüssi mit, öh, nein, Spaß Tschau Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.